Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werden wir wieder einmal Minecraft spielen. Ich habe die Welt jetzt einmal ein bisschen schwierig gemacht und wir werden jetzt hier mal ein bisschen aufräumen. Es muss jetzt gehen Leute. Wir haben hier einige Zeit Pause gemacht und das soll jetzt aufhören. Ich habe jetzt vor jeden Tag in der Woche, also Wochentage, also Montag bis Freitag, ein Video hochzuladen pro Tag, also Minecraft. Das andere bleibt natürlich. Ich versuche das zurückzuziehen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin selbst gespannt. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft. Ja, zurück endlich mal. Es ist Nacht, also da gehen wir erstmal schlafen. Es muss sich etwas ändern. Wir haben jetzt hier ja schon lange nicht mehr gespielt. Ich kenne auch gar nicht mehr so ganz alles, aber wir müssen jetzt erstmal... Ich habe gesehen, wir sind erst Eisen und so. Das ist also unerhört. Sowieso müssen wir allgemein ein bisschen mehr Gas geben. Wir haben hier alles ein bisschen weniger. Es wird wieder Uncut sein halt. Dann haben wir da Rückstoß. Oh, wir ruhen zu haben. Okay, das ist geil. Dann, und was ich gerade merke, wir brauchen unbedingt eine XP-Farm. Okay, die Dierspitzhacke haben wir auch. Ich muss kurz alles ein bisschen checken, warte. Okay. Oh, Essen haben wir viele Karotten. Okay. Blöcke haben wir auch. Oh, okay. Was ist das denn? Eisenherz? Okay. Okay, Eisen haben wir viel. Dann kuppelst du und wahrscheinlich Erde. Genau, okay. Okay. Dann ist es irgendwie cool, wieder back to sein. Back on the rules. Ich würde direkt sagen, wir haben... Ich weiß halt nicht. Haben wir irgendwo... Was ist denn da drauf? Ach, nicht. Vergreifen. Wow. Ich weiß nicht. Haben wir Diers? Die wären ja wahrscheinlich dann hier. Wow. Sieben Diers. Ich hatte jetzt schon ein bisschen mehr erhofft. Wir haben leider auch nur Behutsamkeit. Aber wir haben ja hier noch ein Buch. Ein Lapis. So haben wir Lapis. Hier. Aber wir sind wahrscheinlich zu low. Ach, sowieso nur Müll. Okay, aber das ist komplett egal. Dann gehen wir heute halt mal ein bisschen mein. Vielleicht mehr als eine Fackel mitnehmen. Wäre nicht ganz dumm. Okay. Ich habe halt jetzt in letzter Zeit auf einem Server gespielt. Bauen wir jetzt auch schon ziemlich weit sind und alles. LoL. So ein bisschen viel. Aber das ist ja egal. Vielleicht wollt ihr auch mal ein bisschen streamen. Oder kann ich euch den mal zeigen. Hier sind wir auch nicht fertig. LoL. Gehen wir mal malen und hoffen wir auf ein paar Diers. Das ist so komisch. Normalerweise würde ich das einfach rausschneiden. Aber jetzt ist es einfach ankert. Genau. Und das werde ich jetzt eigentlich auch so beibehalten. Jede Woche einfach so eine Viertelstunde. Minecraft. Ich meine, das ist chillig. Das macht Bock. Und ich glaube, wenn wir jetzt auch ein bisschen vorwärts machen, dann wird das Ganze auch ein bisschen mehr... Ein bisschen... Reicher, sag ich mal. Aber ich weiß halt echt nicht, wo wir stehen geblieben sind. Oder ob wir vielleicht noch irgendwo Diers rumstehen haben. Deswegen, ja. Meine ich jetzt einfach vielleicht mal hier auch einen kleinen Zeitrauffe, weil es halt relativ langweilig ist. Naja. Bis später, LoL. Und Leute, warte mal. Wir müssen kurz das Texture Pick rausmachen. Weil... Äh... Wieso denn? Ja, ähm... Ich weiß nicht, wie die Diamanten aussehen. Und das wäre ein bisschen problematisch. Hinten ist zum Beispiel auch schon Gold, oder? Was ist das? Ist das erst verkehrt rum? Ja, es ist Gold, oder? Ja. Und... Ich weiß nicht, wie die Diamanten aussehen. Ich weiß nicht, wie die Diamanten aussehen. Ja, es ist Gold, oder? Ja, es ist Gold, oder? Ich weiß nicht, wie die Diamanten aussehen. Und das ist Gold bolt, oder? Ja, die Diamanten aussehen. Das ist schon eine Höhle, ja, was da, gehen wir doch direkt mal rein. Ja, das ist toll, das war's. Das ist toll, das war's. Das ist toll, das war's. Das ist schon eine Spitzhalle gerade kaputt gegangen. Wie sieht man den Katzen hier? Nie eine Ahnung. Ich glaube, das ist Dschungeln, oder? Wir machen jetzt erstmal 7 hier, Trapdoors. Und zwar extrem viele. Also wirklich abnormal viele. Nicht 2 Stacks, sondern vielleicht 3. Okay. Ich musste mich kurz kratzen. Ähm. Wo wollen wir das ganze bauen? Wollen wir es einfach hier bauen? Hier wäre... Hier wäre nice zum Bauen. Aber was machen wir? Okay, dann machen wir das mal. Warte mal. Weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal gesehen habt. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ach, scheiße. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das eventuell schon mal irgendwo gesehen habt. Aber... Diese Methode kann man dann halt, ähm... Ja. Gunpowder farmen. Weil halt Creeper hier spawnen. Und... Ja. Genau. Genau. Der Boden ist mir eigentlich nicht so wichtig. Ich frage mich gerade, ob wir es 2-stöckig machen wollen oder nicht. Aber dann bräuchten wir 4 Katzen. Und das wäre ein bisschen viel. Und zwar ich überlege gerade... Wenn wir nicht einfach... So fließt denn das Wasser. Okay, warte mal. Haben wir irgendwo Wasser? Dahinten. Ich war schon zu lange nicht mehr in dieser Map. Das glaubte mir ja gar nicht. So. Wir müssen kurz gucken. Vielleicht reicht das ja bis nach vorne. Nee. Ja, wir machen's... Ja, keine Ahnung. So. Warte mal. Dann... Wir brauchen jetzt die Trapdoors schon das erste Mal. So. Dann machen wir jetzt hier überall nochmal eine Schicht auf. So. Dann machen wir jetzt mal kurz. So. Dann machen wir jetzt mal kurz. So. Okay. Ähm. Jetzt müssen wir hier 3 tiefer. So. Und jetzt hier rüber graben. So weit wie das Wasser fließen kann. Jetzt müssen wir ja kurz gucken. Okay. Bis hier würde es kommen. Das heißt wir graben hier nochmal 2 runter. Und hier so einen kleinen Raum machen. Lol. Hier ist einfach mal eine Höhle. So. Dann können wir hier auch noch ein bisschen zur Seite. So. So. Jetzt. Äh. Haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Platz. Wir brauchen... Ach. Jetzt hab ich kein Wasser. Ähm. Oh scheiße. Da unten sind auch noch Skelettos. Und hier machen wir kurz zu. Das passt. So. Ähm. Dann brauchen wir grauen hier einfach kurz hoch. Können wir später noch schön machen. Jetzt ist es erstmal wichtig, dass wir hier ein bisschen alles zum Laufen bringen. Wir hier auch ein bisschen was machen können. So. Genau. Wollen wir jetzt mal hier. Jetzt setzen wir hier auch noch ein. So. Dann fließt das hier perfekt. So. Dann brauchen wir jetzt Teppich. Wir haben hier glaube ich extrem viele pinke Wolle. Das heißt wir können die auch gleich benutzen. Ja. Tatsächlich. So. War jetzt vielleicht auch nicht noch. War jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber egal. Wollen wir schon. Irgendwann mal. Irgendwann mal noch gebrauchen. Oh nein. Und das ist natürlich auch sehr gut. Gut. Auch. Ja. Dann gehen wir mal. Ich brauche noch Wasser. Aber dann. So. Jetzt müssen wir hier nur noch kurz reinkommen. So. Und jetzt müssen wir glaube ich hier. Hier. Müssen wir jetzt erstmal Teppiche kommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau für was das die sind. Aber. Aber. Es funktioniert halt so. Und deswegen machen wir es auch so. Ähm. Ja. Hier hinten kommt dann die Katze drauf. Und wenn hier Creeper spawnen. Die werden dann. Hier. Reinrennen. Weil sie Angst bekommen oder so. Keine Ahnung. Und dann fallen sie runter. Schwirmen nach vorne. Und wie wir sie uns. Wie wir sie dann. Umbringen sag ich mal. Das seht ihr später. Bis wir erstmal hier alles so machen. Dass hier nicht Zombies oder Skelette spawnen. Das wäre nicht so praktisch. So. Und ihr seht. Wir brauchen noch viele Trapdoors. Äh. Das ist jetzt ein bisschen dumm. Wenn wir hier mit Wasser hingehen. Ja. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal zurück. Und holen. Neues Holz. Oh. Ich hab die Bäume gar nicht nachgepflanzt. So. Ich glaube wir lassen das im Standard. Texture Park. Irgendwie. Irgendwie finde ich es gerade cooler. Als der anderen. Ich weiß nicht wieso. Aber. Ist halt so. So. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Holz. Wir machen jetzt erstmal noch Trapdoors. Und dann. Ja. Mal gucken. Ich weiß halt nicht. Ich nehme jetzt schon relativ lange auf. Ob ich noch. Ein bisschen weitermachen soll. Oder ob das genügt. Ich glaube es genügt erstmal. Mal. So. Mal. Wir machen 40 Falltüren. Dann können wir die auch noch gleich placen. Oh. Lol. Da werden wir erstmal noch geradet. Oh. Lol. Tut mir leid. Wo kam der. Der einfach ganz alleine her. Da ist schon wieder einer, okay. Ich glaube, die meint es ernst. Oder sehr. Keine Ahnung. Ich weiß, wie ist er da wohl gekommen? Ach mein Gott, jetzt nervt doch nicht rum. Nicht mal die Armbrust hat er mir gegeben. So ehrenlos. Also ich muss viel mehr essen, ey. Jetzt vergesse ich die ganze Zeit. So Leute, und jetzt wird er halt auch schon arm. Wir gehen jetzt ins Bettchen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Outro